Showa Esa Nisai weiblich 46 cm nicht der größte aber qualitativ sehr gut haben wir als Dossai gekauft hat er um die 20 cm hat sich sehr gut entwickelt gutes Sumi gutes Benni ist im Schaubecken hier in der Interhelderung und jetzt gucken wir mal ob wir den Großbringer hat Motokura und beiden Flossen sehr gute Körperform langer Kopf aber die Qualität zählt und qualitativ ist er sehr gut er sei jetzt nicht der Größte aber das kann auch werden